Bei mir steht jetzt unser Powersturm aus Slowenien, Tomas Rasinger. Tomas, in der letzten Spiel haben wir gesehen, dass dein Team nicht in der letzten Position beherrscht. Was denkst du, wo soll das Team beherrscht und wo soll es in den nächsten Wochen sein? Ja, wir hatten einen wirklich schlechten, langen Start. Die Dinge beginnen besser. Und hoffentlich in diesen Spiels, die vor uns sind, starten wir zu gewinnen und fortsetzen. Und wir sollten nicht in den letzten Platz sein. Wie war es in deinem Meinung nach, dass Mike Craig, Markus Beintner und Toporowski kamen? Alles war sehr wichtig, aber es war schwer. Wir haben alle Probleme, es war nicht nur ein Spieler. Das Team hat nichts gemacht, wir haben alles versucht. Aber alles ging falsch. Aber mit neuen Spielern haben wir neue Energie. Die Dinge gehen jetzt in unsere Weise. Und hoffentlich können wir weitergehen. Heute war es ein Spiel gegen einen von deinen Ex-Teams. Jesenica hat viele Probleme, sie haben viele Spieler verloren. Und in den letzten Wochen. Wird es heute ein einfaches Spiel? Für sicher nicht. Denn ich weiß, dass die lokalen Leute ihre Chance nehmen. Aber in den letzten zwei, drei Jahren haben sie viele Probleme. Und es ist schwer für sie zu spielen. Wir hoffen, dass es ein gutes Spiel wird. Vielen Dank, Thomas Rasinger. Und damit zurück zu Gerhard in Studio. Danke.